Lieber Michi, lieber Martin, lieber Paul, wir finden eure Aktion super und nachahmenswert und deswegen machen wir uns auch auf den langen Weg zur Bühne. Und das soll jetzt für Radberg sein? Nein, das ist Auerbachs Keller. In Leipzig oder was? Nein, wir sind endlich auf der Bühne. Wenn wir das schaffen, dann schafft ihr das auch. Alles Gute für die letzten Kilometer. Toi, toi, toi!